Was willst du denn essen? Dann nehm ich den Döner. Den Döner macht schöner, hat meine Oma immer gesagt. Döner. Hab ich. Du? Ja, ich würde da vielleicht was Vegetarisches nehmen, wenn das möglich ist. So was wie ein Salat? Ja, das klingt schmackhaft. Ja, Fleischsalat. Hab ich. Du? Ich häm mal einen Hahn. Also einen Bräuler. Nö, das wäre ein Hahn. Zwei halbe Hahn, das ist mir zu viel. Gab's da nicht auch mal eine Bank, die so hieß? Ja, die gibt es auch immer noch, aber die heißen Bräulers, das ist Plural. Mehrzahl. Mehrzahl, ne? Das hab ich schon verstanden. Oh, das wären ja... Mindestens fünf halbe Hahn. Oh, das schaff ich gar nicht. Stimmt, ich kann mich erinnern, die hab ich mal mit 20 anderen Besuchern im Bitterfeld gesehen. Die oder deinen Storys oder raus? Und deren Musik hat mich damals stark begeistert. Übrigens hat der Bassist für den ein bisschen Ähnlichkeit mit dir. Warte mal, das war doch ne Büchse. Er bezieht das wahrscheinlich auf deine feminine Seite. Nö, nö. Das robbitt ich mir. Gut, dann skippen wir mal das Mittagessen und zocken was von Bräulers. Was meint der mit skippen? Etwas überspringen. Oder wie du es nennen würdest, overjumpen. He, 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 he. Nur kleine Band, die noch am Anfang schlägt. Hetzer, hetzer. Ihr sorgt dafür, dass sie stilzels unter den. Hetzer, hetzer. Eure Lügen stehen in unseren Zeitungen. Hetzer, hetzer. Ein kleines Gerücht wird zur Beschuldigung. Hetzer sind ja meistens unbeliebt. Hetzer, schlimm genug, dass es sie noch gibt. Hetzer sind ja meistens unbeliebt. Hetzer, hetzer. Hetzer, schlimm genug, dass es sie noch gibt. Lieben über Leute, die hier gar nicht kennt. Hetzer, hetzer. Schöne Tülle in ein Feuer, das doch gar nicht brennt. Hetzer, hetzer. Und sind die Flammen erst mal an. Hetzer, hetzer. Wird auch zum Großbrand das Möglichste getan. Hetzer sind ja meistens unbeliebt. Hetzer, schlimm genug, dass es sie noch gibt. Hetzer, sind ja meistens unbeliebt. Hetzer, hetzer. Hetzer, schlimm genug, dass es sie noch gibt. Des Hetzers oben, die sind ständig nass. Hetzer, hetzer. Denn stille Post macht auch den Hetzern Spaß. Hetzer, hetzer. Und dieser Mist, der dreht an seine Runden. Hetzer, hetzer. Und ändert sich von Stunde zu Stunde. Hetzer sind ja meistens unbeliebt. Unbeliebt. Hetzer, schlimm genug, dass es sie noch gibt. Hetzer, sind ja meistens unbeliebt. Hetzer, hetzer. Hetzer, schlimm genug, dass es sie noch gibt. Hetzer, schlimm genug, dass es sie noch gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017